Der 20-malige griechische Fußballmeister Panathinaikos Athen ist wegen nicht gezahlter Rechnungen von der Europäischen Fußballunion von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden, für die er sich in den nächsten drei Jahren qualifiziert. Punkt, 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 Punkt Stützung gekappt hatte. Punkt, 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 Punkt. Anfang April hatte die Liga Panathinaikos wegen ausstehender Zahlungen an Ex-Profi Jens Wemmer drei Punkte abgezogen. Der Einzug in einen europäischen Wettbewerb ist damit in dieser Saison ohnehin kaum noch möglich. Punkt, 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 Punkt. Der Verein soll dem früheren Paderborner 500.000 Euro schulden. Immerhin kehrten die Spieler nach zwei Tagen Streit Mitte des Monats ins Training zurück. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt.